Für viele ist Aids ein Modethema. Tags wird darüber heiß diskutiert, nachts ist es vergessen. Leute, die ich mag, die haben kein Aids, denkt man. Das ist so dumm wie leichtsinnig, denn man sieht niemandem an, ob er mit Aids infiziert ist. Wer keinen Test gemacht hat, weiß oft selbst nicht, dass er infiziert ist und kann so jahrelang andere infizieren, ohne es zu wissen. Dabei genügt es schon einmal mit jemandem zu schlafen, der Aids hat, um selbst Aids zu bekommen. Aids bedeutet nicht das Ende von Liebe, aber es bedeutet, dass man sich und den, den man liebt, bei der Liebe schützen muss. So viel Verantwortung muss sein. Gib Aids keine Chance. Wenn Sie Fragen zu Aids haben, rufen Sie uns an. Persönliche Telefonberatung Köln 89 20 31 Köln 89 20 30 Köln 89 20 30 Köln 89 20 30 Köln 89 20 30 30 Vielen Dank.